Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Mod Review. Heute stelle ich euch den Better World Generations Mod vor. Dieser Mod fügt, wenn ihr eine neue Welt erstellen wollt, in den weitere Weltoptionen gedöhnen sie. Bei Welttyp fügt es da sehr viel Neues hinzu. Zum Beispiel hier die Beta-Version, wie die Welten in der Beta waren, die Alpha-Version, die Inf-Def, Survival Island, Survival Skyland, Skyblock und Sky Dimension. Ich werde euch jetzt nacheinander die Welten vorstellen und dann sehen wir uns gleich wieder in der Beta-Welt. So, hier sind wir dann in einer Welt, wie sie in der Minecraft Beta hätte ausgesehen. Dazu kann ich jetzt leider nicht viel sagen, denn ich hatte ehrlich gesagt, mit Minecraft habe ich erst seit relativ kurzem zu tun. Das heißt, ich kenne mich jetzt nicht sonderlich aus mit der Minecraft, mit den Minecraft-Generationen. Aber ich denke, einige Minecraft-Spieler, die dieses Video sehen werden, werden sich dann vielleicht noch daran erinnern. Als nächstes zeige ich euch die Alpha-Welt. Hier sind wir dann jetzt in einer Minecraft-Welt, wie sie in der Alpha wäre. Das kommt mir schon ein bisschen bekannt vor, denn ich kenne diesen Mod schon etwas. Aber naja, wir sehen hier, sag ich jetzt mal, etwas flacher gehalten zu Anfang. Und ja, das wäre dann halt eine Alpha-Welt gewesen. Schätze ich mal. Ja, hier wunderschöne auch. Die Landschaft hier, ja. Gut. Als nächstes zeige ich euch die Inf-Dev-Welt. Das ist dann jetzt eine Inf-Dev-Welt. Und ja, ich habe mir das vorhin schon mal angesehen, weil ich wusste nicht genau, was das sein soll. Und so wie ich das sehe, ist hier alles eigentlich von einem riesigen Meer. umschlungen. Äh, ich glaube, dass das im Grunde genommen hauptsächlich eine, ähm, riesengroße Insel ist. Aber ich finde, das sieht auch ziemlich cool aus. Ähm, ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Sieht auch mit der Berglandschaft und dann, das finde ich, sieht richtig geil aus eigentlich. Ja, aber ihr seht hier auch die ganzen Meeresstränge, so wie ich das sehe, ist wirklich alles hier von einem riesigen Meer umzogen. Wenn ich jetzt ewig lang dahin schwimmen würde in die Richtung, dann wäre, glaube ich, am Ende auch Meer. Und ja, dann machen wir jetzt weiter mit der In-Dev, also ohne F-Welt. Ich habe es noch ganz vergessen. Bei der In-Dev-Welt gibt es auch noch eine, also bei der Inf-Dev-Welt gibt es auch noch eine Schnee-Version. Diese können wir dann jetzt hier bestaunen. Ja, wo dann halt alles Schnee ist. Schnee, Schnee, Snowy, 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 Snowy. Ja, das noch mal kurz dazu gesagt. So, wenn ich mir jetzt hier die Inf-Dev-Welt ausgewählt habe, ja, die normale In-Dev-Welt, wenn ich hier zwischen Inland und Floating-Wellen und zwischen Normal, Hölle, Paradise oder Woods oder Snow. So, ich fange erst mal hier mit den ganz normalen Standard-Optionen an. Dann mache ich mal hier, also dann mache ich Hell, dann Paradise, dann Woods, dann Snow. Dann mache ich Inland, normal Hell, Paradise, Woods und Snow. Okay. Okay. So. Ah, haha, jetzt verstehe ich erst mal, was das sein soll. Es scheint mir, als würde das dann eine kleine Hilfestellung am Anfang geben. Ja. Gut. So sieht dann die In-Dev-Normal-Welt aus. Ach, Moment mal. Ist das so? Ne, das ist, ich habe jetzt gerade gedacht, das sah so aus, als wäre das, ja. Ja. Forget, forget, forget it. Yes. Gut, dann machen wir mal weiter mit der Hölle. Hier sind wir nun in der In-Dev-Höllen-Welt und ich muss sagen, das sieht doch mal richtig geil aus. Das ist mal eine Hölle nach meinem Geschmack. Jawoll. Ja, und wir sehen hier wunderschön unser kleines Hütchen hier, nach wie vor, schön nah an der Lava gebaut, damit das auch gleich anfängt zu brennen. Was es auch wahrscheinlich sogar wird gleich. Ist hier was drinnen? Nein. Langweilig. Ob da, achso. Hier sieht auch schön der wunderschöne, helle Himmel. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Paradise. Obwohl, das ist ja schon das Paradies. So, hier sind wir nun in der In-Dev-Paradise-Welt. Ja, okay. Hm, so geil finde ich das jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht. Und ja, hier ist Kies. Okay. Schön. Aber, nun ja. So geil finde ich das jetzt echt nicht. Das hat mich jetzt enttäuscht. Oh, ein Blümchen auf einem Einchen im Block. Wie süß. Dann gehen wir mal weiter zum, äh, ich hab's vergessen. Hier sind wir nun in der Woods-World. Und ich hab schon wieder vergessen, Creatives zu machen. Ja, ich glaube, es spricht eigentlich für sich, warum das hier die Woods-World ist, weil es gibt kaum einen Quadratmeter, welcher nicht mit einem Baum bedeckt ist. Nun gut, dann gehen wir mal weiter zum letzten von Normal, Fl-Normal, ja, genau. Von Normal, von In-Dev, nämlich zur Snow-World. Was würde uns da wohl erwarten? Hier sind wir nun in der Schneewelt. Und wir können uns denken, warum es Schneewelt heißt. Denn Schnee. Ob das jetzt normal ist, dass man auf einer Insel spawnt und hier alles aus kleinen Inseln besteht, das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Ähm, ich denke aber mal schon. Ja, das, ähm, war's dann jetzt mit den normalen Themen von In-Dev. Jetzt machen wir mal Floating, mal sehen, wie das dann aussieht. Vielen Dank. Wie ist das? Ja, jetzt wieder in der lustigen kleinen Hölle und das hat auch keinen Unterschied. Von daher werde ich dann jetzt auch mir das ersparen, die anderen zu zeigen. Ja, warum auch immer Floating jetzt hier keinen Unterschied hat. Naja, irrelevant. Ja, jetzt sind wir hier bei Survival Island. Ähm, ich nehme mal die Normal World und was wird uns hier wohl erwarten? Mal sehen. Ja, wie man sich denken kann, eine Survival... Oh, hier ist schon noch eine Truhe. Cool. Wow, ein Kaktus. Ähm, ja. Hier haben wir dann jetzt wunderschön ein, ähm, eine Survival Map. Damit kann man auch auf Freunden, könnte man mit Freunden drauf spielen. Ja, hier muss man dann überleben und ich denke, man kann sich aber auch runtergraben und halt Erd sammeln und so. Und ja, ich denke nicht, dass hier im Umkreis von den nächsten paar tausend Blöcken irgendetwas zu finden ist. Gut, mal sehen, wie das Ganze jetzt in Paradise aussieht. Ich hoffe, dann sind hier mal wenigstens ein paar mehr Bäume oder ein paar Palmen oder sowas. Echt mal, ey. Das ist jetzt die Survival Island Paradise Map. Oh, wie es aussieht, ist das auch, ähm, eine Insel. Hä, aber im Vergleich zu dem, was wir gerade eben gesehen haben, naja, ob das jetzt so schwer ist, hier zu überleben. Ich bezweifle es dann jetzt doch einfach mal. Bin mal so frei und bezweifle das. Ähm, ja. Ist das auch wirklich eine Insel? Mal sehen. Ja, das ist definitiv, also eine Insel, ähm, oho, oho, ich, boah, Alter, hier sind echt Palmen. Wie geil. Ha, ich bin Gott, ich weiß alles. Nein, ich bin nicht Gott. Geil. Ja, gut, also haben wir hier wirklich schönes, ein, ein Inselparadies. Hier könnt, hier wird man noch gerne gestrandet, ne. Kann man sich dann vorstellen, ach ja, ich bin ja auf einer Jefahrt. Oh mein Gott, da ist nicht dumm, ich bin gestrandet. Dann kann man sich vorstellen, ach, ich lande hier. Palmen, eine Insel, ich muss überleben. Und zum großen Funkmanns, der momentan nicht da ist, gelangen, um Hilfe zu retten. So ein Szenario könnte man sich da vorstellen. Ja, dann gehen wir weiter zur nächsten Map. Die nächste Map ist jetzt wieder, ist jetzt Survival Skyland. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, eine Hemmelswelt, die quasi wirklich nur, warte, da muss ich mal zum Randfliegen. Jo, und fallen lassen. So, wir sehen es schon. Das ist Survival Skyland. Ja, hier ist es wirklich etwas komplizierter Ressourcen aufzubauen. Hier unten sind diese wunderschönen kleinen Käfig-Dings, die so, die Monster-Spawner drin sind. Ähm, ja, das ist Survival Skyland. Da muss man halt rumlaufen, kann Dings überleben und so. Und da gibt es drei verschiedene Themen. Was ist denn hier drin? Mal sehen, welche wissen. Oho, er war gute Gäste. Voll. Ähm, ja, hier gibt es dann auch verschiedene Arten wieder. Es gibt normal Schnee und Dschungel, glaube ich. Ich glaube, gab es noch was? Keine Ahnung. Die werde ich jetzt einmal kurz noch zeigen. Hier einmal die Survival Skyland Schnee-Version. Ja, wie man sich das denken kann. Oho, hier sind auch neue Bäume hinzugefügt worden. Das finde ich auch schön. Ach, so richtige Tannenbäumchen immer. Was ist cool? Obwohl, das sind keine Tannenbäume. Tannenbäume, wenn das ist ein Tannenbaum. Ja. Survival Skyland in Schnee-Formation. Oh, dann hätten wir ja coole Lava, ne? Ja, und hier noch einmal die Dschungel-Version von Survival Skyland. Und das finde ich sieht nochmal noch richtig geil aus. Ja, obwohl ich das ein bisschen unlogisch fände. Stell dir mal vor, wir waren auf einer Insel und dann im Himmel und dann im Dschungel. Na, egal. Dann würde ich sagen, auf zur nächsten Welt. Die nächste Welt hier ist das klassische Skyblock. Wie man es kennt, ganz normal. Kiste, Wasser, das ist eigentlich nur quasi, denke ich mal, hinzugefügt worden. Um nochmal ein bisschen den Spielereiz hier zu überbringen, sag ich mal. Kann ich auch rüberfliegen. Ach, hier ist das sogar richtig, sodass der Sand nicht runterfällt. Ich habe mal eine Skyblock-Version gespielt, da bin ich hier draufgegangen, habe was abgebaut. Dann ist das halt runtergefallen. Ja, dann, hier gibt es noch eine Extended, ich glaube Extended-Version hiervon. Und das hören wir uns jetzt auch noch an. Ja, das ist dann jetzt die Extended-Version. Ähm, da gibt es dann halt hier noch so ein paar andere Sky-Blöcke. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oho, das finde ich cool, wenn da eine Kuh drin ist. Geil. Ja, und dann sogar noch eins. Ja, das ist dann die Skyblock Extended Version. Und wir sind uns dann in der nächsten Welt. In der Sky... In der Sky... Sky Dimension. So, hier sind wir in der Sky Dimension. Und, ähm... Ja. Warum heißt die Wurz Sky Dimension? Es gibt hier verschiedene riesige Inseln, die halt manchmal unabhängig von denen sind, manchmal so ein bisschen vereint. Und zu diesen kann man dann halt jeweils gelangen und kann sich dann dort halt seine Minecraft-Welt aufbauen. Hier sind auch so... Und das ist quasi nur vergrößerte Sky... Vergrößerte Sky World, einfach wie wir das vorhin schon hatten. Boah, Ruckler. Ja. Davon gibt es nun auch eine Beta-Version, die zeige ich euch jetzt auch noch ganz kurz. Das ist dann jetzt die Beta-Version dieser wunderbaren Welt, von der ich gerade fast runtergefallen wäre. Hm. Weil ich bin hier mitten in der Luft gespawnt. Ja. Ich denke jetzt nicht, dass das so einen großen Unterschied hier machen wird. Ähm... Ja. Ist halt... Skyblock, ne? Ist halt jetzt nicht so anders. Ja. Ähm... Jedenfalls würde ich sagen, was ist mit dieser etwas... Naja... Sag ich mal... Komplizierter herzustellenden Mod-Review. Ich hoffe jedoch trotzdem, dass sie euch gefallen hat. Und ich weiß, das war jetzt nicht so sonderlich... Ja... Perfekt alles dargestellt und so. Aber was soll ich an so einem Mod schon großartig zeigen, außer den Welten? Ich hoffe, ich konnte euch für diesen Mod... Von diesem Mod einen kleinen Überblick verschaffen. Ansonsten hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen... Tschüss. Ach ne, gar nicht wahr. Ähm. 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 Würde ich sagen, sehen wir uns in der Installation wieder. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. In der... In der Installation vom Minecraft Better World Generation Mod. Bah. Zu brecher. Um den Minecraft Better World Generation Mod zu installieren, brauchen wir natürlich erstmal Forge. Forge ist sowieso... Forge braucht man immer. Gehen wir hier auf Releases. Dann gehen wir auf Mainforge Download. Ja, ja. Und dann auf Recomment. Dann müssen wir bei Adflag kurz warten. Bitte warten Sie. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Werbung überspringen. Werbung überspringen. Und dann wird das gedownloadet. Während das gedownloadet wird, können wir jetzt schon mal den Better World Generation Mod an sich herunterladen. Den können wir jetzt hier von der Seite Minecraft-modding.de herunterladen. Link natürlich hier in der Beschreibung. Und dann scrollen wir hier runter und klicken hier auf Download 1.5.2. Download. Und dann downloadet sich das hier. Und dann ist es auch schon fertig. Und dann ziehe ich mir mal das auf den Desktop. Und das auch. So. Dann kann ich das Internet hier schließen an dieser Stelle. Da habe ich diese Dateien beide wunderbar. Dann gehen wir in den Punkt Minecraft-Done. Und dann dazu halten wir die Windows-Stars und er gleichzeitig gedrückt. Und gehen wir in das nun erschienene Fenster Prozent ab. Prozent. A-P-P-D-A-T-Prozent ein. Bestätigen das Ganze, gehen in den Punkt Minecraft-Ordner, in den Binn-Ordner. Und öffnen die Minecraft-Done mit RIN-RA oder 7-Zip oder was weiß ich nicht alles. Dann öffnen wir Minecraft-Forge. So. Dann kopieren wir uns hier alle Dateien. Und ziehen sie hier rein. Und wenn das gemacht worden ist, dann löschen wir den Meta-Inf-Ordner. Zack. Zack. So. Und nun starten wir, nun öffnen wir den Better World Generation Mod, den Ordner. Und ziehen hier die Dateien auch da rein. Zack. Dann können wir das schließen. Dann können wir das beides hier löschen. Papierkorb leeren. Und dann starte ich einmal in Minecraft, um zu beweisen, dass das auch so funktioniert. Dann holt sich das hier seine ganzen Daten, die es haben möchte. Leinen. So. Um, 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 um Ja, Leute, mir kann man natürlich vertrauen. Ihr hättet auch zuerst Fortune installieren können, dann einmal Microsoft starten können und dann das installieren können, wie ich das sonst immer mache. Aber ich wollte mal sehen, ob es so klappt. Ja, wie wir sehen, hat natürlich geklappt. Boah, das war echt hardcore der Bluff. Da bin ich jetzt aber froh, dass das funktioniert. Aber ich habe keinen Bock, nur mal aufzunehmen. So, dann können wir ja mal gleich was zeigen. So, naja. Ja, wir sehen ja auch elf Dings, die gibt es hier. Skyblock nehme ich mal, Create New World. Mal sehen, ob es klappt. Und wir sehen alles paletti, so wie wir das haben wollten. Gut, dann hoffe ich... Also ich finde das jetzt wirklich geil, dass es jetzt wirklich funktioniert hat. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt funktioniert. Weil ich habe einfach einen Schritt vergessen und habe gedacht, ach komm, scheiß drauf. So, dann hoffe ich, hat euch diese Mod-Review gefallen. Und ich wäre froh, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten würdet, wenn ich wieder einen Mod vorstelle. Ja, das war's dann und tschüss.